Wo man hinguckt in Deutschland, zumindest im südlichen Teil, man kann da Reben sehen. Das ist verblüffend und das ist toll. In fast ganz südlichen Deutschland gibt es Trauben. Wir haben die rheinland-pfälzischen Weinanbaugebiete angeguckt, aber es gibt natürlich auch anderen Ortswein. Baden, das sich unglaublich in die Länge zieht, obwohl es gar kein so großes Anbaugebiet ist. Württemberg, das ebenfalls sehr verteilt ist. Das sind die beiden baden-württembergischen Weinanbaugebiete. Baden, Burgunderland, vor allem hier unten am Kaiserstuhl, unglaublich tolle und wuchtige Spätburgunder, Grauburgunder vor allen Dingen. Weiter im Norden auch Rieslinge in der Baden-Badener Gegend, sehr filigrane Rieslinge. Ein Gebiet, das mit Menüweinen von sich reden gemacht hat. Die Badener waren die Ersten, die begriffen haben, dass sich in Deutschland was ändert. Nämlich, dass die Menschen den Wein nicht mehr einfach so trinken, besinnungslos in sich reinschütten, sondern dass sie überwiegend zum Essen Wein haben wollen. Und sie haben solche Weine gebaut. Das sind wuchtige, schwere, trockene Weine, zu denen man was ordentliches essen muss und eben auch kann. Großes Verdienst der Badener waren lange in den 80er Jahren, 90er Jahren auch führend im deutschen Weinbau. Jetzt sind da andere mindestens aufgezogen. Württemberg, die Württemberger sind ganz, ganz große Weinfans, die trinken ihren meisten Wein nämlich selbst. Die Württemberger waren am längsten in der Lage, sozusagen nur für sich selbst große Massen an Wein zu erzeugen. Der Württemberger als solcher ist Trollinger-Schlotzer. Das heißt, er trinkt furchtbar gerne einen relativ hellroten Wein, der in seltsamen Gläsern so eine Art Bierkrug für Weintrinker genossen wird. Und er liebt seinen Trollinger. Keiner, kein anderer auf der Welt liebt Trollinger, aber der Württemberger liebt den Trollinger so sehr, dass er ihn auch alleine trinken kann. Württemberger haben gemerkt, sie müssen auch Wein exportieren. Und seitdem bauen sie auch viel stärker auf Sorten wie Lemberger, wie Samtrot, eine spezielle Spielart vom Spätburgunder, auch auf Riesling. Das haben die auch in großem Umfang. Also Württemberg hat sich eingestellt auf den Kundengeschmack der Menschen, macht ganz, ganz interessante Rotwein-Cuvées. Also Dinge aus mehreren Rotweinsorten zusammengefügt. Sehr mediterraner, sehr französischer Stil. Ganz interessante Weine, die da entstehen. Und es gibt auch gute Trollinger. Und das da ist Franken entlang des Mainz. Franken ist Silvanerland. Obwohl weniger Silvaner wächst als in Rheinhessen, ist der Anteil an der Rebfläche höher. Und die Franken haben eine große Silvaner-Tradition, machen sehr schöne, knackige Silvaner. Silvaner, eine alte Rebsorte in Deutschland, einst weit verbreitet, dann verdrängt worden von anderen, hat aber einfach große Vorteile. Ist so ein bisschen heumäßig, ein ganz interessanter Wein. Die Franken pflegen ihn. Und dort wächst er am Würzburger Stein zum Beispiel geradezu, ja, berühmt. Goethe hat von dem Zeug geschwärmt bis zum Gehtnichtmehr. Tucholsky hat ihn geliebt. Also da gibt es jede Menge Liebhaber dieser fränkischen Weine. Die Franken haben auch ein, zwei ganz renommierte Spätburgunder-Winzer und erzeugen auch interessante Müller-Turgau- und Bachus-Weine. Kaum jemand hat aus Bachus jemals einen ordentlichen Wein gekelter. Die Franken kriegen das durchaus hin. Sehr stoffige, mineralische Weine, die viel vom Boden erzählen. Ganz eigenes Weinland. Wir kommen jetzt schon in kühlere Regionen und das merkt man dann auch an den fränkischen Weinen. Die sind knochiger als die, die weiter im Südwesten liegen. Ich sagte, wir kommen in kühlere Regionen, bleiben noch zwei Anbaugebiete. Das eine ist Saale-Unstruth. Das sind an der Saale und dem Nebenfluss Unstruth, das ist der da, ehemalige ostdeutsche Anbaugebiete und Sachsen. Beides sind wirklich ganz randständige Regionen. Also da wird es richtig heftig noch Wein zu erzeugen. Nicht so sehr, weil die so weit im Norden liegen, sondern weil sie so weit im Osten liegen. Je weiter man nämlich nach Osten kommt, desto kontinentaler wird das Klima. Ja, kontinentales Klima, Sommer heiß, Winter kalt. Und zwar saukalt. So kalt, dass die Reben schon mal auch erfrieren können. Deswegen gehen nur ganz kleine Weinberge in den aller vorteilhaftesten Flusslagen. Da kann man dann Wein anbauen. Und zumindestens von Sachsen habe ich auch selbst erfahren, gibt es wirklich, wirklich ganz tolle Weine mittlerweile wieder. Das ist denen gelungen, dort in wunderschöner Umgebung übrigens, tolle Terrassen entlang der Elbe, dort wirklich wieder gute Weine zu erzeugen. Das war zu DDR-Zeiten durchaus nicht so. Hatte auch damit zu tun, dass da keiner Interesse hatte, richtigen Weinbau zu betreiben. Aber viele haben da wieder angefangen, haben wieder ihre alten Güter sozusagen gekauft oder neue erworben, den Genossenschaften abgekauft und erzeugen dort Weine. Also Deutschland hat Anbaugebiete eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Weinanbaugebiete. Und dazu kommt, das sieht man hier nicht, ganz im Norden, bei nördlich von Berlin noch ein Landweingebiet. Da wachsen auch noch Trauben und da darf man auch noch Wein draus machen. Und das letzte Weinbauland, was es in Deutschland noch gibt, das ist Schleswig-Holstein. Bei Kiel gibt es elf Hektar Trauben. Die Rheinland-Pfälzer haben denen das Recht, Trauben anzupflanzen, abgegeben vor kurzem. Und bald wird es deswegen auch Kieler Wein geben.